Ein Profi-Fotograf legt auf seine Objektive genauso viel Wert wie auf den Sensor seiner Kamera. Das gilt natürlich auch für erfahrene Thermografen wie Sie. Entwicklungsfehler und Fabrikationsmängel können entscheidende Temperaturmessungen verfälschen. Flair hat seine neuen OSX Harder Präzisionsobjektive speziell dafür entwickelt, dass sie alle anderen auf dem Markt erhältliche Objektive übertreffen, ihnen die beste Bildqualität der Branche bieten und die Möglichkeit, selbst kleinste Anomalien zuverlässig zu erkennen. Im Vergleich zu früheren Objektiven können Sie jetzt auch aus doppelter Entfernung zum Zielbereich präzise Temperaturmessungen ausführen. Zusätzlich sind die Flair OSX Harder Präzisionsobjektive mit unserer beeindruckend schnellen und leichtgängigen Ultraschallfokussteuerung ausgestattet. Mit dem Drive-by-Wire-Fokus können Sie stets nahtlos zwischen Autofokus und manueller Fokusteuerung umschalten. Die progressive manuelle Fokusteuerung ist dynamisch und beeindruckend durch ihr hervorragendes Ansprechverhalten. Damit können Sie Ihr Objekt auch bei schnellem Wechseln rasch scharf stellen und jederzeit fein abgestufte Korrekturen vornehmen. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, kann ein schlecht konzipiertes Objektiv Sie daran hindern, das Potenzial Ihres Kameradetektors vollständig auszuschöpfen. Die Anforderungen an die Wärmebildauflösung steigen. Leistungsschwache Objektive sind hier einfach fehl am Platz. Deshalb sind die OSX Präzisionsobjektive so konzipiert, dass sie die hohen Leistungsanforderungen des 1024x768 Detektors der T1K übertreffen. Das Flair Umgebungstemperaturausgleichssystem verwendet vier kalibrierte Sensoren, die das Objektiv kontinuierlich überwachen. Sie versorgen das System ständig mit Rückmeldungen, damit dieses Temperatureffekte auf die Objektive und andere optische Komponenten ausgleichen kann. Dadurch erhalten Sie stets präzise Temperaturdaten. Ganz gleich, ob Sie in klirrender Kälte oder in brütender Hitze arbeiten oder sich von einem Extrem ins andere begeben. Ganz gleich, ob bei mikroskopischen, teleskopischen oder Weitwinkelaufnahmen. Das optische Flair OSX Hardier Präzisionssystem bietet Ihnen die höchste Bildqualität und die präzisesten Temperaturmessungen, die auf dem Markt erhältlich sind. Von Experten für Experten entwickelt. Von Flair.